MSI Winter Sale. Sparen Sie bis zu 30% bei den besten Laptop-Angeboten. Hey! Gamer und Technik-Enthusiasten! Willkommen zurück auf unserem Kanal, auf dem wir Ihnen das Neueste und Beste aus der Welt der Technologie präsentieren. Ich bin Ihr Gastgeber, und heute haben wir etwas wirklich Aufregendes, das wir mit Ihnen teilen möchten. Im heutigen Video tauchen wir ein in die Welt der MSI Laptops und die unglaublichen Angebote. Egal, ob Sie ein Hardcore-Gamer, ein kreativer Profi oder ein Student sind, der auf der Suche nach dem perfekten Laptop ist, MSI hat alles für Sie. Gaming-Kraftpakete. Machen Sie sich bereit für ein Gaming-Erlebnis wie nie zuvor mit den Gaming-Notebooks von MSI. Ausgestattet mit der neuesten Nvidia GeForce RTX 40 Grafik und den Intel- und AMD-Prozessoren bietet die Vector-GP-Serie eine atemberaubende Leistung und ein fesselndes Spielerlebnis. Wenn Sie auf der Suche nach einer perfekten Balance zwischen Mobilität, Leistung und Erschwinglichkeit sind, sind die MSI Cyborg-15 und 17-Serie sowie die Thin GF63-Serie eine ausgezeichnete Wahl. Und für Studenten und Gelegenheitsnutzer, die sowohl Mobilität als auch Leistung schätzen, gibt es die neueste MSI Modern-Serie. Ihre besonderen Geschenke. Aber warte, es gibt noch mehr. Wenn Sie während des Winterschlussverkaufs einen Laptop kaufen, erhalten Sie außerdem fantastische Extras von MSI. Die Geschenke variieren je nach Laptop und reichen von einem 50 Euro Steam-Gutschein über einen Stealth Trooper Backpack 2, eine MSI Garming Mouse M99 Pro, ein AMD Garming Headset H991 bis hin zu einem praktischen USB-C Multihafenhub. Verpassen Sie nicht diesen erstaunlichen Boni. High-End-Leistung Für Power-User und kompromisslose Gamer bietet MSI High-End Garming Notebooks, die Grenzen überschreiten. Nehmen wir zum Beispiel die Alpha 17, die die volle Leistung einer RTX 4060 oder RTX 4070 Grafikkarte bietet, kombiniert mit DLSS3-Technologie für ein beeindruckendes 4K-Garming-Erlebnis. Die Modelle MSI Vector GP68HX und Vector GP78HX kombinieren dagegen die höchste Rechenleistung von Intel Core i7 und i9 CPUs mit den Grafikfähigkeiten der NVIDIA GeForce RTX 4070 und 4080 Laptop-GPUs. Diese Laptops bieten eine unvergleichliche Leistung sowohl für Gamer als auch für Kreative. Arbeit und Lebensstil MSI hört nicht bei Garming Laptops auf. Sie bieten auch Laptops an, die für die Arbeit und den Lebensstil entwickelt wurden. Die MSI Modern Serie ist perfekt für Benutzer, die täglich auf ihre Laptops angewiesen sind und unterwegs Portabilität benötigen. Mit ihrem leichten Design und den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten bieten die Modern 14 und 15 Notebooks eine hohe Portabilität und Produktivität. Und wenn Sie auf der Suche nach erschwinglichen Garming und Multimedia Optionen sind, sollten Sie sich die Modelle Bravo 15 und Bravo 17 ansehen, die eine großartige Garming-Leistung zu erschwinglichen Preisen bieten. Die Modelle Cyborg 15 und Thin GF 63 sind ebenfalls leichte und preisgünstige Garming-Laptops, die mit Intel Core i5 und i7 CPUs der 12. Generation und RTX-Grafikchips ausgestattet sind. Verpassen Sie nicht diese unglaubliche Gelegenheit, einen hochwertigen Laptop zu einem reduzierten Preis zu ergattern. Egal, ob Sie Gamer, Profi oder einfach nur auf der Suche nach einem Laptop sind, der zu Ihrem Lebensstil passt, MSI hat eine große Auswahl an Modellen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Der MSI Winter Sale ist eine zeitlich begrenzte Aktion, die speziell zur Feier der Weihnachtszeit ins Leben gerufen wurde. Während dieser Aktion können Kunden von großzügigen Rabatten auf erstklassige Laptops profitieren. MSI ist bekannt für seine hochwertigen Garming- und Profi-Notebooks und bietet während des Winter Sales eine breite Auswahl an Modellen zu reduzierten Preisen an. Egal, ob Sie ein begeisterter Gamer sind, einen leistungsstarken Laptop für Ihre Arbeit benötigen oder einfach nur nach einem vielseitigen Laptop für den Alltag suchen, MSI hat das passende Angebot für Sie. Die Garming-Notebooks von MSI sind mit den neuesten Grafikkarten von Nvidia und leistungsstarken Prozessoren von Intel und AMD ausgestattet, um Ihnen ein atemberaubendes Garming-Erlebnis zu bieten. Diese Laptops bieten eine beeindruckende Leistung und sind speziell für Gamer konzipiert, die keine Kompromisse eingehen möchten. Wenn Sie hingegen einen Laptop für Ihre Arbeit oder den täglichen Gebrauch suchen, bietet MSI die Modern-Serie an. Diese Laptops sind leicht, tragbar und bieten eine gute Leistung für produktives Arbeiten, Multimedia und den allgemeinen Gebrauch. Sie sind ideal für Studenten, Berufstätige oder alle, die einen zuverlässigen Begleiter für den täglichen Gebrauch benötigen. Während des Winter Sales bietet MSI auch attraktive Extras an. Je nach dem erworbenen Laptop erhalten Kunden kostenlose Zugaben wie einen Steam-Gutschein, einen Rucksack, eine Garming-Maus, ein Garming-Headset oder einen Multi-Port-Hoop. Diese Extras sind eine großartige Ergänzung zu Ihrem neuen Laptop und bieten zusätzlichen Mehrwert. Es ist wichtig zu beachten, dass der MSI Winter Sale eine zeitlich begrenzte Aktion ist und die Rabatte nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sind. Daher sollten Sie nicht zu lange zögern, um von diesen Angeboten zu profitieren. Für weitere Informationen über den MSI Winter Sale, einschließlich der verfügbaren Modelle und Preise, besuchen Sie bitte die offizielle MSI Website. Dort finden Sie detaillierte Informationen zu den Angeboten sowie eine Möglichkeit, Ihren neuen Laptop online zu erwerben. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, bei hochwertigen MSI Laptops zu sparen und sich gleichzeitig fantastische Extras zu sichern. Besuchen Sie den MSI Winter Sale und finden Sie den perfekten Laptop für Ihre Bedürfnisse. Der MSI Winter Sale ist eine jährliche Aktion, bei der Kunden die Möglichkeit haben, hochwertige Laptops zu attraktiven Preisen zu erwerben. Während dieser Aktion bietet MSI Rabatte von bis zu 30% auf ausgewählte Modelle an. Dies ist eine großartige Gelegenheit, um Geld zu sparen und gleichzeitig einen leistungsstarken Laptop zu erhalten. MSI ist bekannt für seine Garming- und Profi-Notebooks, die für ihre hohe Qualität und Leistungsfähigkeit geschätzt werden. Während des Winter Sales sind verschiedene Modelle im Angebot, die den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht werden. Egal, ob Sie ein begeisterter Gamer sind, einen Laptop für die Arbeit oder den täglichen Gebrauch benötigen oder kreative Aufgaben erledigen möchten. MSI hat die passende Lösung für Sie. Die Garming-Notebooks von MSI sind mit den neuesten Grafikkarten und Prozessoren ausgestattet, um ein reibungsloses und beeindruckendes Spielerlebnis zu bieten. Sie bieten leistungsstärke Garming-Leistung, fortschrittliche Kühlsysteme und beeindruckende Bildschirme für eine immersive Spielerfahrung. Diese Laptops sind speziell für Gamer konzipiert, die Wert auf hohe Leistung und Grafikqualität legen. Für professionelle Anwender bietet MSI auch leistungsstärke Workstation Notebooks an. Diese Laptops sind mit leistungsstarken Prozessoren und professionellen Grafikkarten ausgestattet, um den Anforderungen von Aufgaben wie Videobearbeitung, 3D-Modellierung und Rendering gerecht zu werden. Sie bieten eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit für professionelle Anwendungen. Wenn Sie einen Laptop für den alltäglichen Gebrauch benötigen, bietet MSI auch eine breite Palette von Modellen an, die Mobilität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit kombinieren. Diese Laptops sind leicht, tragbar und bieten Funktionen, die den täglichen Anforderungen gerecht werden. Sie sind ideal für Studenten, Berufstätige oder alle, die einen zuverlässigen Laptop für den täglichen Gebrauch benötigen. Während des Winter-Sales bietet MSI auch attraktive Extras an. Je nach Modell können Kunden kostenlose Zugaben wie Garming-Zubehör, Rucksäcke oder Software erhalten. Diese Extras erhöhen den Wert Ihres Kaufs und bieten zusätzlichen Nutzen. Der MSI Winter Sale ist eine begrenzte Aktion, daher sollten Sie nicht zu lange zögern, um von den Angeboten zu profitieren. Besuchen Sie die offizielle MSI Website, um weitere Informationen zu den verfügbaren Modellen, Preisen und Angeboten zu erhalten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um bei hochwertigen Laptops von MSI zu sparen und sich einen zuverlässigen Begleiter für Ihre Garming- oder Arbeitsbedürfnisse zu sichern. Der MSI Winter Sale bietet Ihnen die Möglichkeit, Qualität und Leistung zu einem attraktiven Preis zu erhalten. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit und besuchen Sie den MSI Winter Sale. Das war's für das heutige Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere spannende technische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Einkaufen beim MSI Winter Sale. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran und bleibt techi!